Hallo, hier sprechen Edgar Wallace, seine Nachbarn. Hallo bei Edgar Wallace, seine Nachbarn. Ich bin die Silvia und am anderen Ende der Nachbarschaft begrüße ich meinen Kollegen Mats. Moin moin. Na, lang nicht mehr gesehen. Das stimmt nicht. Ja, wir haben uns dieses Wochenende gesehen und der Transparenz selber kann man sagen, es ist Mittwoch. Dementsprechend ist nicht so viel Zeit vergangen. Nee, richtig. Und das vergangene Wochenende ist auch der Grund, warum wir hier uns zu einer kleinen Zwischenfolge zusammentun, weil wir am Wochenende in Berlin unterwegs waren und dort so eine kleine Drehorttour gemacht haben. Im Speziellen im Bereich Spandau, Grunewald und darum soll es in dieser Folge gehen. Aber sag mal Mats, warst du schon mal in London? Ich war einmal in London, aber das ist relativ lange her. Das war, als ich so, ich glaube, zehn oder elf war. Damals hat mein Onkel in London gelebt. Und wir sind dann mal für, ich glaube, das war noch nur drei Tage oder so, dort zu Besuch gewesen. Also bei ihm in der Wohnung haben wir dann übernachtet und haben dann so ein bisschen eine kleine Tour durch London gemacht. Aber das war dann auch eher so eine Tour, wie sie Locals machen würden und nicht so diese typischen Touri-Ziele. Also das Touri-London habe ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht so erlebt. Okay, also nichts mit Tower oder dergleichen, Big Ben, Westminster Abbey. Ich muss es gerade in der Schule meiner siebten Klasse vermitteln und war selber noch nicht da. Das ist ein bisschen dieses Phänomen wie das, was du mir am Wochenende von deinem ehemaligen Lehrer erzählt hattest, der selber ja noch nie in Berlin gewesen war und da meinte er, er könnte alles selbst referieren und so weiter. So ähnlich fühle ich mich gerade in der Schule. Sprich, der nächste Urlaub geht mal nach London vielleicht. Ja, also es ist so oder so eine spannende Stadt und ich habe auch irgendwie eine gewisse Verbindung dazu, auch durch mein Studium und so weiter. Aber ja, es ist sehr lange her, dass ich dort war. Bei dir? Ja, ich war 2019 für eine Woche in London und habe da schon eher so die Touri-Spots mir angeguckt. Ich war da mit meiner Schwester zusammen. Ja, wir waren mal in den Vormittag im Tower, so das Gelände. Und Big Ben war da gerade mal wieder eingerüstet, wie irgendwie permanent. Ja, Westminster, ABD-Bereich. Wir sind dann auch mal nach Greenwich rüber auf der Thamse gefahren und ja, Piccadilly-Circus und so weiter. Von daher kommen mir so manche Spots in den Filmen, in den Wallace-Filmen schon bekannt vor. Ja. Genau, weil an sich spielen viele der Filme ja in London, wurden aber nicht alle in London gedreht. Sondern zum Teil ja in Dänemark, in Hamburg, aber eben auch in Berlin. Absolut. Und wir haben uns ja ein paar Orte angeguckt. Und zwar am Samstag waren wir ja zuerst mal in, in, auf Eiswerder. Ja, ich habe mich auch schwer getan, als ich dann meiner Freundin von dem Trip erzählte, wie ich Eiswerder jetzt bezeichnen soll. Also es ist ja auch keine Insel oder so, aber es liegt ja im Wasser. Ja, aber es ist schon eine Insel, die durch zwei Brücken mit dem Festland sozusagen verbunden ist. Mit dem Berliner Festland verbunden ist. Ja, es ist irgendwie komisch, das zu sagen, so bei Berlin jetzt vom Festland zu sprechen. Aber letztendlich ist es so, ne? Also die, ich sage jetzt einfach, Insel ist durch die kleine und die große Eiswerderbrücke mit Berlin-Spandau verbunden. Genau, und liegt mitten in der Havel, also ja im Fluss auch noch. Ich musste ja auch feststellen, dass ganz viel, was in Berlin See heißt, ja kein See ist, sondern einfach ein Fluss. Und Eiswerder ist nördlich von der Zitadelle Spandau, wo wir später noch dazu kommen. Und wo wir uns gefühlt 75 Prozent der Zeit an diesem Wochenende aufgehalten haben. Ja, man muss vielleicht sagen, es ist jetzt schwierig, in einem Audio-Podcast über Drehorte zu reden. Deshalb wollen wir jetzt so ein bisschen erzählen, wo wir waren. Aber wir haben das Ganze auch noch filmisch und fotografisch festgehalten. Und das werdet ihr dann in unseren Social-Media-Kanälen zu sehen bekommen. Und da könnt ihr dann nochmal einen besseren Eindruck davon bekommen, welche Drehorte das waren. Auch im Vergleich dazu, wie sieht es denn im Film aus. Aber Eiswerder, was wurde da gedreht, Mats? Also wir haben es hier mit dem Film Der Gorilla von Soho zu tun. Also wir haben ja als erstes die große Eiswerderbrücke überquert. Und da wurde beispielsweise der grandiose Einstand in den Film gedreht, wo der Gorilla dann den, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber irgendeinen reichen Typen überfällt. Ich glaube, sein Name wird gar nicht genannt, oder? Ich glaube schon später noch im Film, als es darum geht, wer denn jetzt schon alles ermordet wurde und so weiter. Aber ist auch nebensächlich. Das hört ihr in unserer Besprechung Nummer zwei oder drei? Zwei, lang ist's her. Oh ja, genau. Also dort wurde auf jeden Fall eben diese Einstiegsszene beim Gorilla von Soho gedreht. Man hat da noch ein Schild dazu gestellt, wo Battle Bridge steht. Heutzutage ist das so ein bisschen umzäunend. Also man kommt nicht mehr in das Gebüsch, aus dem der Gorilla gesprungen ist im Film. Aber wenn man da ist, kann man doch sehr eindeutig sehen, dass das dort gedreht wurde. Ja, die Brücke ist sehr markant. Diese Stahlkonstruktion ist das wahrscheinlich. Die sieht man auch noch mal im Hexer, später mal im Hintergrund. Da taucht sie auch auf. Auf Eiswerder selber waren wir dann noch an einer ehemaligen Schule. Ich glaube, damals hieß sie Gottlob-Münsinger-Oberschule. Da sind jetzt diverse Büros und so drin, glaube ich, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere. Und dort stand Sankt Maria, also ein Kloster, glaube ich, dass es ein Kloster war, ebenfalls im Gorilla von Soho. Man hat da eigentlich auch noch einen ganz guten Blick drauf. Das sieht auch alles größtenteils noch so aus wie im Film. Haben wir eben auch noch mal so nachgestellt. Könnt ihr dann bei Instagram sehen. Eine Hecke verdeckt ein bisschen die Sicht. Aber das ist alles noch unverkennbar. Ja, dafür, dass es jetzt 50 Jahre her ist, ist eigentlich nur die Natur hat wieder ihre Dinge getan. Aber ansonsten, das Gebäude ist auf jeden Fall noch gut wiederzuerkennen. Genau. Und dann sind wir im Anschluss wieder von Eiswerder runter über die kleine Eiswerderbrücke. Und dort wurde zum Beispiel eine Szene aus Der Mann mit dem Glasauge gedreht, wo der kleine Botenjunge telefoniert. Da wurde dann natürlich eine Londoner Telefonzelle noch neben die Brücke gestellt. Aber wir konnten uns trotzdem relativ gut vorstellen und das auch verorten, wo jetzt genau diese Szene gedreht wurde. Also an welchem Ende der Brücke. Das war einfach aufgrund der Bauart relativ eindeutig. Aber es ist ja auch mit sehr einfachen Mitteln machbar dann, dass man aus Berlin London macht, indem man einfach so eine rote Telefonzelle mal hinstellt. Und dann denkt jeder, ach, ist ja London und hier Fluss im Hintergrund ist wahrscheinlich die Temse oder so. Nee, war eigentlich die Havel. Fand ich schon spannend, wie einfach das geht. Auch vorher im Gorilla von Soho hat man ja einfach noch andere Straßenlaternen hingestellt, die so ein bisschen London-mäßig waren. Das hattest du ja auch mehrfach erwähnt. Ja, genau. Das sind die Laternen, die in dieser Parkanlage um die Zitadelle herum überall noch stehen. Genau, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Aber die sind wirklich ein bisschen vereitelt, würde man heutzutage sagen. Aber deswegen konnte ich mir da auch sehr gut eben dieses London-Feeling bei Nacht und Nebel gut vorstellen. Ja, und dann direkt, wenn man von Eisweider runterkommt und einmal nach links um die Ecke biegt, dann landet man ja bei den CCC-Filmstudios. Genau, also man muss es sich wirklich so vorstellen. Man kommt von Eisweider von dieser kleinen Brücke runter und geht eine Straße weiter und dann sind dort die CCC-Filmstudios. Ja, also man sieht sogar schon ein bisschen von der Brücke aus und ist ein recht großes Gelände. Mit, ich glaube, ursprünglich waren das ja irgendwie elf Hallen oder so um den Dreh. Aber aktuell ist es durch einen Bauzaun umzäunt und man sieht auch riesige Kräne, die da gerade rumstehen. Und es wird recht viel abgerissen. Also wir sind jetzt auch nicht aufs Gelände rauf oder so. Nee, wir haben es von außen so ein bisschen gefilmt. Genau, da wurde ja auch einiges vor allem in den Studios gedreht. Ein paar Außenaufnahmen waren da auch, also zum Beispiel beim Indischen Tuch oder auch beim Gorilla und bei diversen anderen Filmen. Also ja, wirklich bei diversen Filmen, aber eben größtenteils innerhalb der Hallen, weshalb, ja, das war mal ganz nett, das zu sehen. Vor allem dieser auf Eid gemachte Turm, der da immer noch stand. Ja. Aber davon abgesehen, konnte man sich da jetzt nicht so richtig vorstellen, wie dann Wallace gedreht wird, weil wir eben nicht in den Hallen drin waren. Ja, also ich glaube, die Hallen innen sehen ja auch relativ ähnlich aus. Ja. Es wurden auch ein paar Außenaufnahmen gedreht, wo man dann irgendwie eine Treppe von außen sieht oder wo Sir John mal aus einem Gulli rauskommt bei, ist das beim Mann mit dem Glasauge auch? Ich glaube fast. Aber das konnten wir jetzt nicht sehen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auch noch wiedererkennen würde, nachdem ja doch einiges abgerissen würde. Ja, also es war aber trotzdem ganz interessant, dieses Gelände mal zu sehen, weil das ja wirklich doch relativ groß ist. Ja, einfach um sich so die Produktion eines Wallace-Films nochmal so ein bisschen bildhafter vorstellen zu können. Wie läuft das jetzt ab, wenn dann die gesamte Crew da irgendwie in einer der Hallen ist oder auf dem Gelände filmt? Dafür war das trotzdem ganz sinnvoll, da mal so langgegangen zu sein. Ach, ich habe gerade nachgeguckt, die Gulli-Szene ist im Buckligen von Soho. Ah ja, okay. Ja, ich habe ja auch noch zum Thema Buckliger von Soho, dass es wohl in der Straße neben den CCC-Studios, die Daumenstraße, auch noch eine Szene gibt, die dort gedreht wurde. Also da hat man einfach wohl geguckt, okay, wir brauchen irgendwas, was in der Nähe ist, um hier eine bestimmte Szene zu drehen. Nehmen wir die. Genau, das war nämlich früher, da fährt mal ein Zug vorbei und früher war diese Straße wohl noch eine Bahnschiene und das ist jetzt aber nicht mehr, das ist eine ganz normale, ja, befahrene Straße, die wir dann auch. Die Daumenstraße. Genau, die wir dann auch Ewigkeiten lang gelatscht sind, um wieder nach Süden zu kommen. In dem Gedanken, wir kommen doch relativ schnell von hier zur Zitadelle, das ist doch nicht so weit und letztendlich haben wir bestimmt eine halbe Stunde gebraucht, inklusive Busfahrt. Ne, wir sind eine Station U-Bahn gefahren. Ach, U-Bahn war das ja. Genau, eine Station U-Bahn und sind dann bei der Zitadelle gelandet, die ja sehr unscheinbar liegt. Total, sie liegt an der Straße mit relativ vielen, ja, nicht Geschäften, aber einfach Industrie. Genau, Autohäuser, Schuhcenter und so ein Kram, Fitnessstudio und wenn man da einfach lang fährt, fällt sie nicht auf, weil das auch nicht super auffällig ausgeschildert wird. Da ist einfach ein Schild, relativ klein, wo dann steht Zitadelle, Spandau rechts. Ja, und wenn du nicht guckst, dass da eine Brücke ist, dann merkst du das überhaupt nicht, weil dann, ich glaube, das ist auch noch irgendwie so ein Nebenfluss von der Havel oder so, der da fließt und dann hast du da ein bisschen Bäume, so ein kleiner Park. Wie wir gerade schon gesagt haben. Ja, aber wirklich eine schöne Parkanlage. Ja, ja. Also, wenn man vorher nur so in diesen typischen Berliner Gegenden unterwegs war, also, was weiß ich, Mitte, die ganzen Tourispots, vielleicht auch Kreuzberg oder so, wenn man Bock auf sowas hat, dann ist das Ganze schon irgendwie sehr, sehr untypisch für Berlin, weil es einfach sehr ruhig ist. Ja, du kommst ein bisschen in eine andere Welt, schon fast. Ja, es wirkte für mich tatsächlich eher wie eine Kleinstadt als wie Berlin. Meinst du jetzt Spandau allgemein? Ja, genau. Ja, aber ich finde auch, man kommt in so eine andere Welt, wenn du über diese Brücke rübergehst und in den Park und dann ist es auf einmal viel ruhiger. Ja, schon eine schöne Ecke und dann gehst du so auf die Zitadelle zu. Das ist so ein, ja, eine Burganlage, glaube ich, war das. Du bist hier der Historiker. Genau, vielleicht auch für diejenigen, die jetzt gar nicht wissen, was sie sich darunter vorstellen sollen. Also, die Zitadelle ist eine ehemalige Burganlage. Man kann ganz, ganz viel zu der Geschichte auch in der Zitadelle selbst erfahren. Und heutzutage wird die halt für diverseste Kulturangebote. Und auch Museen und so. Genau, also man bezahlt da einmal einen Eintritt vormittags, damit man überhaupt auf diese Zitadelle raufkommt oder damit man reinkommt so. Und dann kann man dort eben alles wahrnehmen. Museumsangebote, also wir waren zum Beispiel in einem Museum, wo es jetzt um, ich glaube, um die Region Spandau ging. Genau, wo so ein bisschen erklärt wird, welches Handwerk da beheimatet ist oder auch welche Filme auch dort gedreht wurden. Da ist auch ein kleiner Ausstellungsteil dazu. Ja, explizit zu den CCC-Studios auch Infos und sowas. Aber es gibt halt auch Ausstellungen und man kann sich auch einfach mal auf den Julius-Turm begeben, wo man einen sehr, sehr schönen Ausblick über fast ganz Berlin hat. Also, man kann da wirklich einen Vormittag oder auch einen Nachmittag. Genau. Und wenn man da so drauf zuläuft, dann kommt einem vielleicht eine Szene aus dem Buckligen von Soho bekannt vor, wo ein Auto in eine Anlage reinfährt. Und das ist eben direkt der Eingang zur Zitadelle. Das ist ziemlich ikonisch. Wir können auch gerne mal die Timecodes oder so noch mit in die Shownotes vielleicht packen. Dann kann man sich das auch noch mal angucken. Oder wie gesagt, wir packen es auch in unsere Social-Media-Kanäle dann. Genau. Eine andere Szene aus dem Buckligen von Soho wurde ebenfalls in der Zitadelle gedreht, nämlich in den italienischen Höfen. Und das fand ich eigentlich auch ganz interessant, weil es wirkt im Film für mich eher wie so eine Seitenstraße oder so. Aber hier ist es ja wirklich, es ist ja einfach in der Ecke der Zitadelle sozusagen. Ja, im allerletzten Eck und dort spielt eben so eine Entführungsszene. Eigentlich umgeben von den Mauern der Zitadelle. Und man denkt im Film eben, dass es, wie gesagt, einfach eine Seitenstraße ist. Das fand ich wirklich spannend. Ja, und es ist auch interessant, wenn man das dann so vergleicht, wo dann irgendwie noch eine Tür fake-mäßig eingebaut wurde und wie welche Wege sind. Und dann ist da irgendwie noch im Film so ein Gerümpelhaufen oder ich weiß gar nicht was. Ist aber natürlich ansonsten alles nicht da. Und ich glaube, dahinter geht auch gar keine Tür, aber es sieht halt ein bisschen so aus. Also da kann man gut sehen, wie mit so ein paar Kulissen und ein paar so filmischen Tricks ganz schnell der Drehort zu etwas umfunktioniert werden kann, was eigentlich gar nicht ist. Ja, und andersrum wurden ja auch ein paar Kulissen ja dagelassen auf der Zitadelle. Denn ja, wir wurden ja auch vom Kulturamtsleiter und auch dem Ausstellungsleiter der Zitadelle Spandau herumgeführt. Dr. Ralf Hartmann, der uns zur Hexertreppe geführt hat, die, ja, wenn man linker Hand, also wenn man in die Zitadelle reinkommt und sich dann nach links wendet, dann sind da ganz tolle so Torbögen, riesige Metallgittertore. Und es ist ein bisschen versteckt. Also man kommt da ja nicht einfach so hin. Wie gesagt, es musste uns ja auch explizit einmal aufgeschlossen werden. Also auch nochmal großen Dank an Herrn Hartmann an der Stelle, dass er das überhaupt für uns gemacht hat. Das war nicht ganz selbstverständlich. Nee, es war auch recht spontan, unsere Anfrage. Und er hat sich auch sehr viel Zeit genommen und uns auch die Hintergründe der Zitadelle ein bisschen noch erklärt. Ja, das war wirklich sehr interessant. Ja, und ein Grund auch, so wie ich das verstanden habe, dass man da normalerweise nicht reinkommt, ist, dass in dem Teil auch Fledermäuse leben und die eben in Ruhe gelassen werden müssen. Deshalb, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, dann ist die beste Zeit zwischen April und September, weil da eben keine Fledermäuse da sind, hoffentlich. Außer die, das hat er uns ja auch so schön erklärt, die Spähtrupps der Fledermäuse fliegen nämlich los und gucken, ob noch so alles ist wie im Vorjahr. Und dann leben da, wie war das, 10.000 bis 20.000 Fledermäuse. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Also wir haben natürlich keine gesehen. Also wir haben jetzt keine gesehen. Ja, und die sind ja auch recht klein. Also nicht so, wie man sich die vorstellt wie so Vampir-Fledermäuse, sondern wirklich kleine. Und deshalb kommt man eben nicht so richtig in den Bereich. Aber zur Hexertreppe konnte er uns führen, die nicht so, wie ich mir vorgestellt habe, in einem Keller ist, sondern das ist wirklich ebenerdig und die führt dann nach oben. Und da war ja immer schon eine Treppe an der Stelle, nur die wurde jetzt, ich glaube, in den 50ern, meine ich, hat er gesagt, ausgetauscht. Ja, war noch nicht so lange her. Genau, aber es ist immer noch dieselbe Treppe wie zu Drehzeiten. Genau. Und in einer sehr dunklen Ecke. Und ja, da spielt eben einerseits im Hexer die Szene unten in den Katakomben oder in der Kanalisation. Genau. Und auch im Buckligen von Soho, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist auch eine Szene, wo dieselbe Treppe gezeigt wird. Mhm, ja. Also die Treppe ist wirklich gut wiederzuerkennen. Es ist ja auch eine sehr enge Ecke. Genau, also das war dann auch für die Vorstellung wieder ganz interessant, wie sich dann so die Filmcrew da irgendwie hat positionieren müssen, damit das alles reibungslos abläuft, damit sich dann niemand irgendwie anrempelt oder so, weil es ist doch relativ eng. Und danach sind wir ja auch noch ein Stück weiter hinter diese Treppe gegangen, also wir sind sie hochgegangen. Ja. Und dann durften wir noch so ein bisschen tiefer rein. Und da kommen wir jetzt nochmal auf diese Filmkulissen zu sprechen, die Sylvia vorhin erwähnte. Genau, weil da auch wieder so Eisentore sind, dachten wir jedenfalls. Die schauen wirklich aus wie ganz normale, ja so Eisentore zur Absperrung in diesen großen Gewölben. Was hat er gesagt? Ich glaube ein Pulverlager oder so. Ja, genau. Ich dachte eher, es wäre so ein Weinkeller oder so. Hat mich ein bisschen daran erinnert, weil es ist ja alles mit Stein. Also, wie soll ich das wirklich vorstellen, es sind so Steinwände und auch der Boden ist auch nicht richtig befestigt, sondern eher so Kopfsteinpflaster oder so. Ja. Also sehr, ja, altertümlich einfach. Also man merkt, es ist eher so eine mittelalterliche Anlage. Und eben diese Eisentüren hat er dann gemeint, ja, das sind Filmkulissen, weil da lehnt er auch so eine lockere Tür an der Wand, hat er die hochgehoben und die war total leicht. Einfach aus Holz. Ja, ja, einfach so eine Holztür und die wurde einfach da gelassen, weil hat man nicht mehr gebraucht. Und wenn da mal Führungen sind, dann ist das natürlich auch immer ein nettes Gimmick, da mal darauf hinzuweisen, dass da übrigens nicht nur Fledermäuse wohnen und die historischen Hintergründe der ganzen Anlage, sondern um eben auch darauf hinzuweisen, dass hier mal gedreht wurde. Genau. Herr Hartmann hat das auch mit einem Tonfall gesagt, wo du wusstest, okay, diesen Gag und diesen Erstaunensmoment, den bringt er des Öfteren. Ja, ja. Das war schon gut. Ja, aber war auch cool dann, also ich habe mir dann die Tür genauer angeguckt und die sah ja erst so dreckig aus, also einfach wie eine alte Tür. Und dann hat man aber gesehen, dass dieser Dreck und diese Alterung künstlich hingemacht wurde. Also, dass ja wirklich irgendeiner aus der Filmcrew da wirklich diese Tür auf Alt gemacht hat und da dann extra noch irgendwie Spinnweben festgeklebt hat oder Vogelspuren oder so. Ja, damit können wir den Samstag eigentlich schon fast abschließen, außer noch mit einer, ich würde jetzt nicht Kleidigkeit sagen. Wir waren nämlich am Abend noch bei der Vorstellung des Hörbuchs von Christian Rodenweit, der Drei-Frage-Zeichen, ne, falsch, Drei-Frage-Zeichen-Autor ist er nicht. Er schreibt Bücher über die Drei-Frage-Zeichen, also über die Buchreihe und die Hörspiele. Hat uns ja auch ein bisschen mit eingeladen oder angeregt, dass wir doch an dem Wochenende nach Berlin kommen sollen. Genau, also an der Stelle können wir auch Christian einmal Dank aussprechen. Er war nämlich beispielsweise auch bei dieser kurzen Führung zur Hexer-Treppe mit dabei und hat uns am Sonntag auch beim Rest unserer Tour begleitet und war so ein bisschen unser quasi Tour-Guide durch Berlin. Er wohnt selber in Spandau, kennt sich super aus. Und ist ja auch ein bisschen, ich sag mal, Schuld an dem Podcast, kann man auch mal an der Stelle so sagen. Genau, ich glaube, das kann man ganz gut in der 0. Folge nochmal nachhören. Ja, ich glaube, da hat es Fabian erwähnt, dass Christian mit so ein bisschen der Anstoß war, dass er auf die EDG gekommen ist. Und Christian hat auch so ein bisschen seine Kontakte spielen lassen, weil eben bei dieser Vorstellung niemand geringeres Anwesen war als Heike-Diene-Körting. Das ist ja die Regisseurin bei ganz, ganz vielen Hörspielen aus der Europa-Reihe, zum Beispiel Drei-Frage-Zeichen-TKKG. Aber eben auch der Edgar-Wallace-Hörspiele, die wir ja auch zum Teil hier schon besprochen haben im Podcast. Und wir hatten die grandiose Möglichkeit auch dann, Christian, dass wir uns kurz mit ihr unterhalten konnten. Ja, das war schon ein tolles Erlebnis auf jeden Fall, weil sie, glaube ich, unser beider Kindheit geprägt hat. Absolut, absolut. Eine sehr sympathische Person, also sehr, sehr herzlich. Ja, ganz toll. Man trifft jetzt nicht oft so bekannte Menschen, aber das war schon ein sehr lockeres Gespräch. Ja, genau. Und sie hatte auch tatsächlich sehr viel zu den Wallace-Hörspielen zu erzählen. Das wollen wir jetzt hier aber gar nicht im Detail aufbruseln, weil da unter Umständen nochmal eine weitere Folge kommt. Oder eventuell ist die auch schon rausgekommen. Ja, aber das war jetzt zumindest, was Wallace angeht, der Samstag. Und dann ging es am Sonntag weiter. Und zwar hatten wir so einige Sachen auf dem Zettel, nämlich zunächst erstmal in Richtung Grunewald. Weil dort haben wir uns das Jagdschloss Grunewald angeschaut. Also der Grunewald ist ein riesiges Waldgebiet, also wirklich viel größer, als ich dachte, dass Berlin hat, so einen Wald, der so ein bisschen im Süden von Spandau liegt. Und da relativ am östlichen Rand liegt eben das Jagdschloss Grunewald. Genau, wo die blaue Hand zum Teil gedreht wurde. Genau, also das Irrenhaus in der blauen Hand, das ist eben in den Außenszenen das Jagdschloss. Also immer wenn da ein Auto reinfährt oder irgendwer ein, aus oder sonst was bricht, dann ist das eben das Jagdschloss Grunewald. Ja, und da haben wir dann auch dementsprechend ein bisschen Video- und Fotomaterial, um da den Vergleich zu machen. Es war nicht mehr so hundertprozentig. Also wir wussten schon, wo die Szenen gedreht wurden. Aber es ist heutzutage nicht mehr so ganz erkennbar, weil sich da auch ein bisschen was in der Architektur geändert hat. Ja, beziehungsweise ich glaube, die haben da viel mehr noch dazu gebaut oder so. Also da sind noch mehr Requisiten gewesen, wo dann eine Fake-Tür da ist oder so. Deshalb sieht das teilweise eben anders aus. Oder dann ist da irgendwie ein Baum an der Stelle, wo eben vor 50 Jahren keiner war oder ich weiß nicht. Aber da haben wir uns dann auch noch ein bisschen länger aufgehalten. Wir haben noch eine Führung durch das Jagdschloss mitgemacht. Da ging es jetzt aber natürlich gar nicht um Wallis, sondern eher um die Geschichte des Jagdschlosses. Und ja, wofür das früher genutzt wurde, was da so ausgestellt wurde und so weiter. War nichtsdestotrotz aber auch interessant. Ja. Wir haben danach dann auch nochmal eine kleine Runde um den See, der dort liegt, auch gemacht. Der Grunewaldsee. Extrem schön. Der Grunewaldsee. Der diesmal wirklich ein See ist. Ja. Und das ist eine tolle Spazierstrecke. Und also wie gesagt, dieser ganze Trip, da hat mir Berlin auch nochmal von einer anderen Seite gezeigt. Ich meine, man kann super einfach durch Berlin spazieren, auch in den einschlägigen Bezirken. Aber dass du mal so ein ausgedehntes Naturgebiet hast, das würdest du ja eigentlich nicht vermuten, wenn man an Berlin denkt. Aber das gibt es halt eben auch dort. Ja, alle Berliner werden jetzt wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen vor unseren Vorurteilen. Aber Entschuldigung. Ja, tut mir leid, es gibt noch Menschen, die nicht in Berlin leben. Ja. Danach ging es dann noch nicht direkt auf die V-N-Insel. Wir haben noch einen kurzen Abstecher bei einer Kirche gemacht, der SS Peter und Paul. Dort wurden, Silvia, hilf mir auf die Sprünge, was wurde dort gedreht? Das war beim Mönch mit der Peitsche. Da gibt es ja eine Szene, die wirklich in einer Kirche spielt und in der ein Mädchen mit einem Gesangbuch betäubt, vergiftet wird. Also kein Mechanismus drin ist. Ich denke, wer die Szene kennt, wird sie vor Augen haben. Und das wurde eben wirklich in dieser Kirche gedreht. Also da gibt es mal einen Schwenk zur Orgel nach oben und die Kirchenbänke sind wirklich noch dieselben. Und das ist eine recht kleine Kirche auch, fand ich. Ja, aber eine offene Kirche. Also man kann da jederzeit rein. Liegt auch schön am Wasser. Also das ist auch wieder ein sehr netter Ausblick. Ja, genau. Und eben eigentlich direkt bei der V-N-Insel. Das heißt, wenn man mal einen Trip zur V-N-Insel plant, kann man da auch nochmal kurz einen Abstecher hinmachen. Das kostet keine Zeit. Ja, man fährt da eigentlich automatisch vorbei. Und das ist eigentlich eine evangelische Kirche, die, finde ich, aber so ein bisschen orthodox wirkte. Gerade diese Glasfenster, diese Buntglasfenster, die, finde ich, wirkten jetzt nicht so wie eine evangelische Kirche. Aber ich finde es halt einfach spannend, wie nah auch alle Orte so beieinander liegen. Aber bietet sich ja auch an, wenn du einen Film drehst, dass du da nicht die ewig langen Fahrtwege zwischen den einzelnen Locations hast. Ja, eben. Das ist ja auch wieder mitten in einem Waldgebiet. Ich weiß jetzt nicht, ob in dem Bereich auch gedreht wurde. Doch ich glaube, an der Uferpromenade wurde auch nochmal was gedreht. Das haben wir uns jetzt nicht so genau angeguckt. Aber gut. Nämlich bei der Tür mit den sieben Schlössern, wo die beiden Söhne, also der Johnny und der andere, miteinander kämpfen und so. Das wurde an der Stelle gedreht. Also auch in der Nähe. Ja. So, und dann ging es auf die Pfaueninsel. Das ist relativ unkompliziert. Man zieht ein Ticket hin und zurück. Vier Euro. Kann man sich nicht drüber beklagen, würde ich sagen. Und dann ist man auch schon drauf. Und das ist wirklich auch wieder eine extrem schöne und ruhige Insel. Sehr, sehr grün. Man hat natürlich überall die Pfauen, die frei rumlaufen. Das ist natürlich so die Hauptattraktion der Insel, würde ich sagen. Aber davon abgesehen sind da so viele verschiedene schöne Plätzchen, wo man sich einfach mal auch gut hinsetzen kann und Kaffee trinken kann oder sowas. Also auch wieder hier, Tipp für einen Berlin-Urlaub, Pfaueninsel. Ja, auf jeden Fall. Die ist auch erstaunlich groß. Also wir sind da locker drei Stunden rumgelaufen, oder? Ja. Also ich meine, wir haben uns mal gemütlich hingesetzt, weil man da, wie gesagt, auch, gibt es auch Gastronomie so ein bisschen. Und da wurden an mehreren Stellen Szenen gedreht. Und zwar einmal am Schloss, was naja eigentlich eher ein Schlösschen ist. Und was ja leider auch gerade verhüllt ist, weil da etwas gebaut oder restauriert wird. Genau, deshalb konnten wir das jetzt nicht so genau vergleichen. Das ist zum Beispiel, also es ist so ein weißes Gebäude mit zwei Türmen eigentlich und hat so eine, ich glaube, Metallbrücke oder so oben zwischen den Türmen. Und das ist zum Beispiel bei der Tür mit den sieben Schlössern gut zu sehen. So, da kann man nochmal nachgucken, weil davon konnten wir jetzt leider keine Fotos machen. Wir konnten es jetzt nicht sehen. Also hätten wir, aber es würde halt nichts bringen, wenn man da einfach so dieses verhüllte Schloss sieht. Ja. Dann ging es weiter zum Kavaliershaus, wenn ich mich jetzt in der Route nicht täusche. Richtig, genau. Und das war auch bei der Tür mit den sieben Schlössern ein Drehort. Und beim Mönch mit der Peitsche. Da sind wir ja auch ein bisschen rumgeirrt, um die richtige Seite des Schlosses oder des Hauses zu finden. Ja, da war ein bisschen gerätselt. Weil es da nämlich einen ikonischen Baum gibt, hinter dem der Mönch mal auftaucht. Und wir haben diesen Baum gesucht und überlegt, ja, wurde da vielleicht ein Fake-Baum hingestellt? Und dann spielt die Szene an einer anderen Stelle. Also ich fand das auch ziemlich cool, dass wir da dann so, also ich hatte die Szenen auf dem Tablet dabei. Wir standen dann wirklich so um das Tablet rum. Ja, wo könnte das jetzt gewesen sein? Und wie hätte man das machen können? Dann sind wir ja immer um das Haus rumgelaufen. Oh, da steht so ein breiter Baum. Hm, ja gut, vielleicht war der das auch. Und der hat auch so einen markanten Riss in der Rinde. Ja, okay, dann war das wohl doch dieser Baum hier. Genau. Daran konnte man das dann ganz gut festmachen, dass es auf jeden Fall dieser Baum war. Und ja, also dann hat sich auch ganz gut erschlossen, wie das damals dann im Film gedreht wurde. Und ja, wir haben so ein bisschen gemutmaßt, dass vielleicht nicht die gesamte Szene dort gedreht wurde. Weil als es auf diesem Baum zugeht, ist es ganz schwierig zu beschreiben, ohne dass man die Szene vor Augen hat. Aber das konnten wir halt noch nicht so richtig verorten. Ja, da dachten wir aber auch noch, das wäre auf der anderen Seite gewesen. Ja, genau. So hundertprozentig haben wir jetzt, glaube ich, die Szene noch nicht erschließen können. Aber so das Wichtigste, dass der Mönch halt hinter diesem prägnanten Baum auftaucht, das ist sehr, sehr eindrund. Ja. Dann ging es, glaube ich, weiter zur Meierei, die ganz im Norden der Insel liegt. Und ein, ja, ist auch ein recht ähnliches Gebäude wie, also optisch recht ähnlich, mit so großen, runden Fenstern. Und das war zum Beispiel auch beim Mönch mit der Peitsche, das Schulgebäude. Da gibt es eben eine Szene, wo die Mädchen um das Haus herumlaufen. Das war eigentlich recht gut zu erkennen, dass das dieses Haus ist. Ja. Und was war denn das, wo man es von der anderen Seite gesehen hat? Ich komme gerade nicht mehr auf den Film. Wie heißt der Film mit dem grünen Gesichtigen? Im Bande des Unheimlichen. Ja. Ja. Danke. Oh Gott. Ja. Weil dort nämlich der Pfarrer wohnt. Ich glaube in, nee, nicht in der Meierei. In einer Scheune hinter der Meierei. Genau, in einer Scheune dahinter. Und dann ist gegenüber auch nochmal ein Haus, wo dann diese, diese Werkstatt im Film ist. Und das konnte man da auch recht gut erkennen, weil im Hintergrund dann eben die Meierei ist. Und ich glaube im Film soll das Ganze ja, ja, einfach so auf dem Land spielen, sag ich mal. Und wenn man dann weiß, ah, es wurde aber auf einer Insel gedreht, passt trotzdem gut. Man hat halt wirklich diesen Eindruck, das ist jetzt einfach irgendwo im Nirgendwo. Obwohl es doch auf der dann vergleichsweise kleinen Fauninsel steht, wo man schnell von einem Ort zum nächsten kommt. Ja, und wenn man in den Filmszenen ganz genau guckt, dann sieht man manchmal auch so ein bisschen, dass da Wasser im Hintergrund ist. Weil gerade die Meierei, was ist denn das, vielleicht 20, 30 Meter weg vom Wasser steht? Ja, genau, die ist am äußersten Rand der Fauninsel. Also das ist dann auch ganz spannend, wenn man da mal drauf achtet, dass da hinter den Büschen vielleicht noch irgendwo Wasser hervorragt. Dann kann man schon drauf kommen, dass das nicht irgendwo mitten auf dem Land spielen kann. Nach der Meierei sind wir dann weiter zum Beelitzer Jagdschirm. Das ist ein ja relativ kleines so Clubhaus damals gewesen von Jagdvereinigungen. Im südöstlichen Bereich. In Borke um Mantelt. Das war auch, sah ganz eigentümlich aus, aber irgendwie ganz nett. Umgeben von einer Holzbrücke. Und an dieser Holzbrücke wurde die Anfangsszene. War das nicht eine Metallbrücke? Ja, also eine Brücke. Und an dieser Brücke wurde die Anfangsszene vom Hund vom Blackwood Castle gedreht. Das ist allerdings heute nicht mehr so ganz nachvollziehbar, weil dort mittlerweile eigentlich gar kein Wasser mehr ist. Beziehungsweise das ist alles durch die, wie heißt das, Farne zugewachsen oder so. Genau, also in der Szene wartet er ja durch das Wasser und das wäre heute eigentlich nicht mehr möglich, weil man da die ganze Zeit halt sich diese Fahne aus dem Gesicht schieben müsste. Ja, aber also diese Brücke ist noch sehr gut zu erkennen, weil die so ein, also ich meine, das ist so ein Metall-Ornament-Geflecht irgendwie. Ja, aber es gibt ja auch zwei Brücken da beim Beelitzer Jagdschirm, ne? Also es gibt einmal die kleine Holzbrücke. Ja, ja, aber du meinst gerade, genau, die Holzbrücke, aber der läuft ja über die andere Brücke. Ach so, ja gut. Ist auf jeden Fall auch eine sehr schöne Ecke. Also vor allem dadurch, dass da noch so ein bisschen Wasser ist, das dann jetzt eben so zugewachsen ist mit den Fahnen und diese beiden Brücken und der Jagdschirm, der so ein bisschen eigentümlich aussieht. Also das war auch so ein bisschen ein Highlight für mich auf der Pfaueninsel. Das war wirklich eine sehr schöne Ecke. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch der Bereich von der Hafen, wo auch sehr viel Segelschiffe unterwegs sind. Und ja, also da ist auch wahnsinnig viel los an der Ecke. Ja, da kann man sich auch gut einfach mal hinsetzen und so ein bisschen die Segelschiffe beobachten, wenn man sollte. Wir haben es jetzt nicht gemacht, aber. Ja, genau. Und wenn man da dann quasi den Südteil der Insel wieder weiterläuft. Genau, quasi zurück zur Fähre. Genau, zurück zur Fähre. Dann landet man noch am Bootshaus. Und da hatten wir schon von der anderen Seite, also bevor wir mit der Fähre rübergefahren sind, mal geguckt. Das sieht man nämlich von der Seite auch schon. Und das Bootshaus ist nämlich zum Beispiel beim Gorilla von Soho zu sehen, weil dort nämlich der Gorilla mit seinem Schiff sozusagen anlandet, um dann seine Opfer da weiter zu versorgen, sage ich jetzt mal. Kann man aber von außen nicht so gut erkennen, weil man da nicht einfach so reinkommt in dieses Bootshaus, beziehungsweise in den Fregattenschuppen. Es war eine Leiter angelehnt und man konnte da auch hochsteigen und dann durch ein Fenster reinsehen, haben wir beide jetzt aber nicht gemacht. Also Christian hat das mal gemacht und mal reingeschaut, aber ich dachte mir dann auch so, ja, komm, was wirst du da sehen? Da wird Wasser sein. Also ich wollte da jetzt nicht, ich fand das jetzt nicht so reizvoll, da rauf zu steigen. Ne, wir hatten ja aber dann auch noch Fotos davon und das wurde, also die Filmszenen wurden schon da drin gedreht. Ja. Also das war jetzt nicht nur von außen dafür, sondern es ist ja auch beim Hund von Blackwood Castle, wurde auch da drin gedreht. Da findet ja auch ein Mord, meine ich, statt. Also es gibt auch eine Szene in so einem Bootshaus und das war eben dasselbe. Ja. Finde ich auch ganz spannend, wenn man sich die Filme mal konzentriert darauf anguckt, dass man dann feststellt, wie oft was am gleichen Ort gedreht wurde. Ja, genau. Also Wiedererkennungswert bei Wallace ist nicht nur durch die Themen oder die Schauspielerinnen und Schauspieler gegeben, sondern manchmal eben auch durch die Drehorte. Das ist schon ganz interessant, wenn man da so ein bisschen den Blick drauf behält. Ja. Das war dann aber im Großen und Ganzen die Tour über die Pfaueninsel. Wir haben dann am Abend eigentlich nichts mehr gemacht, was mit Wallace zu tun hat. Wir waren nämlich noch bei Jens Wawritschek. Bei einer Lesung war es nicht wirklich. Man hat eine Kurzgeschichte vorgetragen, die Geschichte, die den Hitchcock-Film Die Vögel beeinflusst hat oder inspiriert hat. Und wir haben danach noch kurz mit ihm gesprochen und ihn auch auf Wallace angesprochen. Und sein Kommentar dazu war in die Richtung, ja, es ist ein anderes Niveau als Hitchcock. Ja, es ist ein bisschen eine andere Zeit. Ja, genau. Also wer sich mal gefragt hat, ob Jens Wawritschek vielleicht auch einen Bezug zu Wallace hat, das ist die Antwort. Ja, beziehungsweise Otto, die Serie wäre auch eine mögliche Antwort. Korrekt. Dort hat er nämlich den Kinski synchronisiert. Ja, was ich auch sehr spannend finde, dass Kinski synchronisiert wurde. Ja. Genau, das war im Großen und Ganzen der Trip durch diverse Orte in Berlin, wo halt Wallace für mir gedreht wurden. Sevia, wie bewertest du diese Tour im Nachhinein? War das sinnvoll, das so zu machen? War das erkenntnisreich? Ja, also ich fand es auf jeden Fall spannend, allein schon die Orte zu suchen. Ich finde das ja eh immer spannend, wenn man mal feststellt, wo was gedreht wurde. Als ich in London war, habe ich auch zwei geführte Touren mitgemacht. Einmal zu James-Bond-Drehorten, wo ja auch wahnsinnig viel in London gedreht wurde. Und da hatte dann der Tourguide auch so Szenenfotos dabei und hat dann erklärt, wo was war. Und dann hatte ich auch noch eine Harry-Potter-Tour, auch zu Drehorten. Und da hat mir das auch einfach schon Spaß gemacht, zu gucken, okay, was wurde da gedreht? Und es gab auch ein paar Orte, die in beiden Führungen vorkamen, was auch ganz spannend ist, wenn du es einmal aus der Bond-Perspektive und einmal aus der Harry-Potter-Perspektive siehst, den Ort, wie wurde was umgebaut, damit gewisse Szenen funktionieren. Aber da war es natürlich bei beiden so, dass auch sehr viel mit CGI nachbearbeitet wurde und deshalb manches vielleicht anders aussieht. Aber hier ist ja dann doch in den Filmen recht viel einfach natürlich geblieben oder mit einfacheren Mitteln umgearbeitet worden oder ergänzt worden. Genau, das finde ich dann auch in dem Sinne besonders spannend an dieser Tour, dass man eben so ein bisschen erkennt, wie Orte, die im Film was anderes sind als in der Wirklichkeit, eben mit so ganz einfachen Mitteln dann umfunktioniert werden und dabei gar nicht so anders aussehen, sondern dass da einfach nur mit Kamera oder Extrakulissen oder man stellt ein bisschen was weg oder so. Oder eine Perspektive und dann siehst du gar nicht mehr, dass das eigentlich an einem See ist. Genau. Und ich fand es halt auch hilfreich, um sich so ein bisschen die Produktion und die Dreharbeiten ein bisschen besser vorstellen zu können. Und es lohnt sich einfach generell mal die Zitadelle oder die Pfaueninsel anzuschauen, weil das einfach sehr schön ist dort. Ja. Und sehr ruhig. Und wie gesagt, ein bisschen eine andere Seite von Berlin. All das hat dieses Wochenende jetzt wirklich zu einem schönen Trip gemacht. Hat's denn so dein Gucken auf die Filme jetzt verändert? Also oder dein Bild von London quasi? Ich glaube nicht wirklich. Also, dass Wallis nicht nur in London gedreht wurde oder anders gesagt, dass nur ein kleiner Teil von Wallis wirklich in London gedreht wurde, das war mir ja schon vorher bewusst. Und dementsprechend glaube ich jetzt nicht, dass ich bei den nächsten Filmen, die ich mir anschaue, jetzt irgendwie anders darauf achten würde, wie jetzt die Drehorte aussehen oder was weiß ich. Das London-Feeling, also das ist ja sowieso immer unterschiedlich von Film zu Film, wie sehr jetzt ein London-Feeling rüberkommt. Und die Filme, die es gut machen, die sind dann ja wirklich zum Teil in London gedreht. Und ich finde, dann reicht es eigentlich, wenn man so diese paar Szenen hat, die dann irgendwie wirklich in London auch spielen, damit man sich dort wählt. Der Rest ist dann gut inszeniert. Also findest du, dass die Drehorte trotzdem authentisch wirken? Oder die Szenen dann? Ja, also es sind jetzt Drehorte, die man nicht sofort in Berlin verorten kann. Also klar, wenn man schon mal da war, schon. Aber selbst dann, also wie gesagt, diese italienischen Höfe, das ist für mich eigentlich das beste Beispiel dafür, wie ein Ort umfunktioniert werden kann. Der aber auch an sich nicht so richtig zu London passen würde. Nein, das stimmt. Wobei, ich weiß gerade gar nicht, ob das dann überhaupt London sein soll oder irgendein Vorort oder so. Also manchmal wird es ja in den Filmen auch gar nicht erwähnt, dass das jetzt in London spielt, sondern vielleicht irgendwo in England. Das ist jetzt, keine Ahnung, beim Verrätertor ist es was anderes. Das hätte man nicht in Berlin sehen können, weil das ja wirklich im Tower spielt sehr viel. Aber wenn du jetzt, Hund von Blackwood Castle, das ist halt irgendein englisches Schloss. Aber englische Schlösser sehen ja alle gleich aus. Ja, vor allem bei Wallis. Ja. Nee, aber um eben auf die Frage zurückzukommen, ich mache da jetzt, glaube ich, keinen großen Unterschied bei den nächsten Durchgängen. Aber ich glaube, ich werde ein bisschen bewusster jetzt auf die Drehorte achten. Das ist ja eigentlich, also ich recherchiere das ja nicht nach, sondern Fabian macht das ja meistens. Aber ich glaube, wenn er da jetzt wieder in der nächsten Filmesprechung mal die Drehorte erwähnt, dann werde ich da vielleicht ein bisschen bewusster das jetzt lokalisieren können. Ja, denke ich auch. Findest du denn, dass Berlin ein authentisches London darstellen kann? Kann es auf jeden Fall. Ja, also gerade wenn es eben so Szenen sind, die nicht konkret verortbar sind. Also wie gesagt, ein englisches Schloss, irgendein Waldgebiet oder so, dann finde ich, funktioniert das gut, weil das ja doch alles relativ ähnlich aussieht, ein ähnliches Gebiet ist. Und viele derjenigen, die diese Filme schauen, wissen ja gar nicht, wie es wirklich in England aussieht. Und von daher kann man sich das dann schon so ein bisschen zurecht biegen. Also mir ging es eher andersrum so. Ich bin ja sehr mit den Wallace-Hörspielen, gerade den Europa-Hörspielen, aufgewachsen. Und vor allem das Verrätertor hat mein London-Bild irgendwie geprägt, weil ich dann so ein Bild im Kopf hatte, wie der Tower aussieht. Und als ich dann mal wirklich im Tower stand, dachte ich mir, ich habe mir das anders vorgestellt. Es hat für mich nicht so richtig zusammengepasst. War natürlich extremer, weil ich es mir anhand eines Hörspiels vorgestellt habe. Aber ja, das war so eine Erkenntnis damals. Okay, sehr gut. Ich glaube, das beendet dann diese Folge ganz passend. Ja, also es hätte natürlich noch wahnsinnig viele weitere Orte gegeben, was auch in Berlin gedreht wurde, gerade so rund um den Zoo. Theater des Westens war zum Beispiel beim Mann mit dem Glasauge noch ein Drehort und so weiter. Aber das hätte halt alles nicht in das Wochenende gepasst. Auch noch der Klinecker Park südlich der Pfaueninsel. Da wurde zum Beispiel der Schwarze abgedreht. Aber ich meine, wir müssen uns ja noch was für einen zweiten Trip aufheben. Ja, genau. Ich meine, im Grunewald gibt es auch noch ein paar weitere Sachen, die man sich anschauen kann. Beispielsweise den Teufelsberg oder die, wie hieß es nochmal genau, irgendwas mit Grube oder so. So eine Sandgrube oder so. Sandgrube im Jagen 86. Ich sehe hier gerade die Notiz. Ja. Also es gibt noch eine ganze Menge mehr. Aber ich glaube, wir haben auch vor allem auf der Pfaueninsel jetzt schon gut was uns anschauen können. Und mal schauen, wie es dann bei der zweiten Tour so aussieht. Also nochmal der Hinweis, schaut gerne mal in unsere Social-Media-Kanäle. Ich denke, wir werden uns auf jeden Fall auf Instagram und ich denke mal auch auf YouTube packen. Ja. Die Drehortvergleiche, also die Vergleiche, wie es jetzt aussieht und im Film. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Hinweise habt auf Drehorte, was vielleicht spannend sein könnte, dann, ich meine, wir müssten eigentlich auch nochmal eine Hamburg-Tour machen, wo ja auch einiges gedreht wurde. Ja, das können wir gerne machen. Schloss Ahrensburg. Ich habe schon gesagt, das ist ja in Schleswig-Holstein. Da müssen Fabian und ich mal hin. Sure. Das kann man sich dann auch nochmal irgendwie an einem Nachmittag angucken. Ja. Aber genau, es gibt ja nicht nur Berlin, sondern Hamburg ist definitiv auch noch interessant, denke ich mal. Ja, genau. Gut. Und ansonsten würden wir uns natürlich wie immer über jegliche Bewertungen und Feedback und so weiter freuen. Also gebt uns gerne bei dem Podcatcher eures Vertrauen. Fünf Sterne. Die fünf Sterne. Oder seid ehrlich, wenn es weniger sind, ist auch in Ordnung. Schreibt gerne auch eine Review dazu. Vor allem bei Apple Podcasts hilft das eben auch dem Algorithmus und für unsere Sichtbarkeit. Und davon profitieren wir doch letztendlich alle, wenn dieser Podcast noch ein paar mehr Leute erreicht. Genau. Und wenn ihr mal in Berlin unterwegs seid, dann könnt ihr uns auch gerne Bescheid sagen, ob ihr auch die Drehorte wiedererkannt habt. Genau. Ja, wir wünschen euch viel Spaß bei der Erkundungstour. So viel dazu. Dann. Bis zum nächsten Mal. Hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Und tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt und steht in keiner Verbindung zu den Produzenten dieser Filmserie. Alle Rechte sind den ausführenden Firmen und Personen vorbehalten. Folgt uns gerne bei Twitter unter seine-nachbarn, bei YouTube unter seinen Nachbarn auseinandergeschrieben oder bei Instagram und Facebook unter seinen Nachbarn zusammengeschrieben. Lasst gerne über diese Kanäle auch Kritik, Informationen und Anregungen da. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören.